Herzlich Willkommen in diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute ist es wieder mein Minecraft Video nach den 3 folgenden Videos wir uns gekommen sind. Und ja, heute spielen wir Minecraft Skywars auf GOME HD. Und wir sehen uns dann wieder gleich in der Runde. Bis gleich! So, wir sind jetzt auch schon hier wieder in der Runde. Auf der Map Technotik. Oder wie heißt sie? Ja, Technotik. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch nicht gefahren bin. Ich bin jetzt auch erst gerastet. Hm, da spritzt wenn ich mich hier aufbauen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war es mir wieder komplett. Ja, Leute. Nächste Runde. Jetzt sind wir auf der Map Kassel. Und wir schauen gleich, was in der Küsten ist. Und ender Pearl, ich kann mich rüber porten. Also, ich habe gerade eine Runde gespielt. Die werdet ihr nicht sehen. Weil ich mich ganz blöd, also ich habe noch ein Ende bekommen. Ich habe mich ganz blöd rüber geworfen. Und das habe ich gleich hinaus geschnitten, weil es einfach... Nö. Hätte ich hier nicht ausgehalten. Okay, da kommt keiner. So. Einen Block holen. Super. Wir nehmen erstmal etwas Essen mit. Okay, I've been done. Ok, ich baue mich jetzt in die andere Richtung. Wenn ich jetzt die Schrift auslos, gell? in dem nicht so und das was er in dieser Runde für das Nö, 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 ich stehe jetzt nicht im Block, ich stehe jetzt nicht im Block Alter Nö, der blödsinn ist hier nicht das TNT auch noch Nö, der hat ne Pickaxe, wenn der mich jetzt runterbaut Nö, wenn der es nach TNT auch noch platziert Und hier sterbe, dann war's das mit der Runde, okay, Lasse Nö, ich kann mich jetzt auch schlecht hier rausbauen Angst aber, dass du von unten rüberspringst Marwan, wo war der? Wo war der? Wir sehen uns dann gleich wieder in der Lobby, okay? Bis gleich So Leute, das war's jetzt auch schon mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da Und wir sehen uns dann beim nächsten Fortnite Video Und bis zum nächsten Video Und ciao Leute, bis zum nächsten Video Und bye Bye